Hallo und herzlich Willkommen bei Kochen und Backen mit Mel und Mo. Wir machen einen Spätzle Salat. Der Zeitaufwand beträgt insgesamt 50 Minuten und die Nährwerte beziehen sich auf eine Portion. Wir nehmen 150 Gramm Mayonnaise, einen halben Teelöffel Salz einen Viertel Teelöffel Pfeffer und 50 Milliliter Essig von den eingelegten Gurken. Dann fügen wir zwei Essiggurken in feine Streifen geschnitten hinzu und 200 Gramm Fleischkäse in feine Streifen. Dann noch gekochte Spätzle mit einem Trockengewicht von 250 Gramm und fünf gekochte Eier in Würfel geschnitten. Und alles gut miteinander vermengen. Dann 30 Minuten ziehen lassen und anrichten. Schaut euch noch andere tolle Rezepte von uns an. Ich sage Danke und Bye Bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.